Im Frühjahr 2019 wurde die Akademie für Theater und Digitalität als neue Sparta am Theater Dortmund gegründet. Dort, in der ehemaligen Schreinerei, hat die Akademie ihre temporäre Heimat gefunden. Seitdem hat sich viel getan und das möchten wir Ihnen hier kurz vorstellen. Wir forschen prototypisch an der Verbindung zwischen darstellender Kunst und neuesten digitalen Technologien. Dazu laden wir Stipendiatinnen und Stipendiaten aus dem In- und Ausland ein, gefördert von der Kulturstiftung des Bundes, vom Land Nordrhein-Westfalen und vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Wir entwickeln in Zusammenarbeit mit der FH Dortmund einen neuen Masterstudiengang zur Verbindung von Digitalität und den szenischen Künsten. Wir sind eine Schnittstelle für die Fort- und Weiterbildung sämtlicher Bühnengewerke in Kooperation mit der Deutschen Theatertechnischen Gesellschaft und dem Deutschen Bühnenverein. Wir laden ein zu Vorträgen und Diskussionen in unserer Reflexionsreihe Enjoy Complexity. Wir engagieren uns lokal, überregional und international in Theater, Wissenschaft und Politik mit Kooperationen, Beratungen und Podiumsdiskussionen. Wir planen gemeinsam mit der Stadt Dortmund unser neues Domizil am entstehenden Deport im Dortmunder Hafen. Wir freuen uns jetzt schon über Aufmerksamkeit aus aller Welt und auf alle Herausforderungen, welche die digitale Moderne noch bereithalten wird. Und Sie sind herzlich eingeladen, diesen Weg mit uns zu gehen. Besuchen Sie uns unter www.theater.digital www.theater.org www.theater.digک www.theater.digit June